Hallo, mein Name ist Patrick Berndt. Ich bin Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und Dozent im Fachbereich Trainings- und Bewegungswissenschaft an der DHFBG. Beim diesjährigen Aufstiegskongress referiere ich zum Thema Concurrent Training. Viele Trainierende wollen sowohl ihre Kraft als auch ihre Ausdauer steigern. Das Training beider Belastungsformen innerhalb einer Einheit kann jedoch zu negativen Wechselwirkungen führen, sogenannten Interferenz Effekten. Kraft und Ausdauer in getrennten Einheiten zu trainieren lässt sich dahingegen oftmals nicht mit dem Zeitbudget vereinbaren. Aus diesem Grund werde ich mich in meinem Vortrag damit befassen, wie sich Kraft- und Ausdauertraining für verschiedene Zielstellungen und Zielgruppen sinnvoll kombinieren lassen, um die Trainingserfolge der Sportler auch bei geringem Zeitaufwand zu optimieren. Wenn auch Sie schon vor der Frage standen, wie man Kraft- und Ausdauertraining sinnvoll in einer Trainingseinheit unterbringen kann, freue ich mich, Ihnen beim Aufstiegskongress in Mannheim einige evidenzbasierte Ansätze zur praktischen Umsetzung präsentieren zu dürfen. Bis dahin!